Musik Lieber Michi Hallo liebe HSG Familie Liebe HSG Liebe Heiß Liebe McH Hallo Michi Liebe Familie Schweig των Liebe HSG, lieber Schweigel, lieber Schweigel, lieber HSG, Handball Schweigel von Graz heute. Der Ball ist auch in Australien rund und die Wagen sind da wie dort strand. Die Australier sind mitten in der Olympia-Vorbereitung, ich glaube, das kann man schwer vergleichen. Nicht nur deshalb, die Grazer Mannschaft spielt in der Landesliga der dritten Leistungsstufe und hält sich deshalb hier aus Platten. Ja, ich glaube schon, dass das ein großes Erlebnis war, weil wir gesehen haben, Australien ist bei der Olympiade. Eigentlich müssten wir im September auch in Sydney dabei sein. Der Mittelständler aus der zweithöchsten Spielklasse gegen den Serienmeister und Champions-League-Teilnehmer in der ersten Hälfte achtbar mithalten. Präzise Würfe von Bernhard Ludwig und Martin Appel finden doch immer wieder den Weg ins Tor. Christian Zek ist der Matchwinner auf Seiten der Seiersberge in den roten Dressen. Das war der Grazer Freudentanz, fast schon ein Aufstiegsjubel. Bis dahin heißt es aber noch zweimal zittern, aber das Selbstvertrauen ist nun riesig. Da war so viel Herz drinnen und dann kann das einfach nur gut gehen. Im Handball lebt die Chance für die HSG Graz auf den Aufstieg in die höchste Spielklasse. 25 Jahre HSG. Gratuliere zum 25-jährigen Bestehen. 25 Jahre HSG Graz. Alles Gute zum 25-Jährigen. Ich gratuliere euch zum 25. Jubiläum. Congratulations. Alles, alles Gute zum Vierteljahrhundert. 25 Jahre euphorisch bei Siegen zu Todebetrübben in Erlauben. Alles Gute. Ich möchte dir und der HSG zum 25. Jubiläum herzlich gratulieren. 219.000 Stunden, von denen du unzählige in der Halle verbracht hast und immer mit vollem Einsatz dabei warst. Da gehört ein wenig Wahnsinn dazu. Aber der Sport, der braucht genauso Menschen wie dich. Dich und deine Familie. Herzliche Gratulation zu 25 Jahren HSG Graz. Vielen lieben Dank für 25 Jahre. Wahnsinnig coole Arbeit da am Handball in Graz. Ich gratuliere vor allem Michi Schweighofer zu seinem sechsten Kind, wenn man so will, das jetzt auch schon erwachsen worden ist. Wie die Zeit vergeht, Bruder Ruki. Schließlich war das gestrige Match erst das zweite Handball-Darbi der letzten 40 Jahre. Am Ende hat es natürlich auch unser Odene durchset. Denn dieser 30 zu 26 Sieg gegen HC Linz gleicht einem Osterwunder. Wir haben keinen Druck gehabt für die Linzer. War es zum Gewinnern für uns. Wir haben gewinnen können, aber nicht mehr. Jetzt sind wir in einem Cup-Finale. Das hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Ich bin auch sehr dankbar und stolz, dass ich das Trikot der HSG Graz über so viele Jahre brauche. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich die besten fünf Jahre meiner Karriere bei der HSG gespielt habe. Danke, dass ich ein Teil von euch sein durfte. Auch wenn es nur vier Jahre waren. Ich glaube, wir waren ziemlich erfolgreich. Ich habe sehr gute Erinnerungen von Graz. Ich bin sehr stolz, Teil dieser HSG-Familie geworden zu sein. Wir haben ja selbst zusammen neun tolle Jahre erlebt, auf die ich gerne zurückdenke. Ich denke noch immer gerne an meine Zeit in Graz zurück. Vor allem an den Aufstieg und die Aufstiegsfeier, die gewonnene Relegation und die Jugendtrainings mit den frechen Burmen, die jetzt schon bei der ersten Mannschaft dabei sind. Ich bin auch schon eine Zeit mit dabei bei diesem Verein und hänge noch immer sehr dran. Die HSG war für mich eigentlich immer wie eine zweite Familie. Dass es mich nicht allzu lang bei einem Verein hält, das ist wohl bekannt. Aus diesem Grund war ich gleich zweimal mit dir. Ich werde nie die Zeit vergessen, die ich bei der HSG Graz verbracht habe, insbesondere das Erreichen des Cup-Finales. Ich würde mich auf diesem Weg auch bedanken für fünfeinhalb Jahre, die ich für diesen Klub spielen durfte, für deinen Klub. Danke für deine Unterstützung in den hartensten Momenten und für deine Ehrlichkeit nach dem Spielen, also dein Schild. Es war die schönste Zeit unserer aktiven Karriere. Macht's weiter mit der guten Arbeit. Ausgezeichnet und ausverkauft, die Handballspielgemeinschaft Graz feiert vor vollem Haus in der Askö-Halle in Graz-Eckenberg den Grundstein zum möglichen Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse im Handball. Die HSG Graz kehrt einfach in die erste Liga. Das haben wir heute wieder bewiesen. Grenzenloser Jubel in einem packenden Thriller. Einmal noch kämpfen sich die Obersteirer zurück, halten das Match bis zum Ende offen. Der Lucky Punch, aber gehört den Grazern. Ich bin ein bisschen tot mit Emotionen und mit Kraft. Ich habe letzte 20 Sekunden nie geschaut, weil das war zu viel für mich. 1700 Fans haben sich die Einweihung des neuen Sportparks in der Grazer Hüttenbrennergasse nicht entgehen lassen. Und Nemanja Belosch erzielt das erste Pflichtspieltor in der neuen Heimstätte. Der Jubel am Ende ist groß. Nach über einem Monat gewinnt die HSG Graz wieder ein Meisterschaftsspiel. Hat Spaß gemacht, Handball zu spielen, würde ich mal sagen. Das Siegestreffer zum 26 zu 25. Im Supermoral zeigt Kompliment. Im nächsten Jahr will die HSG Graz dann zumindest das Semifinale erreichen und kann stark auf den eigenen Nachwuchs zählen. Das Future-Team wurde beim Saisonabschluss für den ersten österreichischen Meistertitel geehrt. Vielen Dank, dass auch ich ein Teil der HSG sein durfte. Danke für eine große Teil der Geschichte. Ich wünsche euch alles Gute und viel, viel Erfolg. Und viel Erfolg für die Zukunft. Auf weitere erfolgreiche 25 Jahre. Danke für das, dass ich einen kleinen Schritt mit einer Handballgeschichte mitgebracht habe. Danke für euren unglaublichen Einsatz. Ich hoffe, dass es noch weitere 25 Jahre heißt Die Karawane zieht weiter, der Sultan hat durch. Du und deine Familie seid eines der Gründe, wieso ich heute Nationaltrainer bin. Ich wünsche euch also noch für die nächsten 25 Jahre viel Erfolg. Die nächste Generation ist auch schon bereit und meldet sich jetzt für das Mini Handball an. Auf die nächsten 25 Jahre. Wir sind... Gras! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020